Es ist nicht alles viel schein, wieder ist ein Jahr vorbei, schon wieder wird über Geschenke sinniert. Die CD ist wieder voll geschmückt, üppig bunt schön anzuschauen. Und jährlich wird der Größe der Kaufhaus Weihnachtsbaum. Und jährlich wird der Schöne der Winterweihnachtstraum. Doch nichts ist wie es scheint, das muss man mal so sagen. Manches ist so einfach, wie der Mette an einem Zweig. Doch nichts ist wie es scheint, das muss man hinterfragen. Manches ist so bedeutungslos, wie die Schneeflocke im Wind. Kein Grund genannt, warum immer weniger, immer mehr. Nichts ist wie es scheint, das muss man hinterfragen. Manches wird nur so kurz, wie die Nadeln eines Tannenblonds. Und nichts scheint mehr, solange wir uns nicht bewegen. Es gibt zwar noch mehr Menschen, um wenigen zu träumen. Nichts ist wie es scheint, das muss man hinterfragen. Nichts ist wie es scheint, das muss man hinterfragen. Nichts ist wie es scheint, das muss man hinterfragen. Nichts ist wie es scheint, das muss man hinterfragen. Nichts ist wie es scheint, das muss man hinterfragen. Nichts ist wie es scheint, das muss man hinterfragen. Nichts ist wie es scheint, das muss man hinterfragen. Nichts ist wie es scheint, das muss man hinterfragen. Nichts ist wie es scheint, das muss man hinterfragen. Nichts ist wie es scheint, das muss man hinterfragen. Nichts ist wie es scheint, das muss man hinterfragen. Nichts ist wie es scheint, das muss man hinterfragen. Untertitelung des ZDF, 2020